Heute müssen wir um 11 Uhr am Flughafen sein und auch das Mietauto zurückbringen. Den frühen Vormittag verbringen wir mit ein paar Runden im Swimmingpool. Untertitelung. BR 2018 Auf der Fahrt zum Flughafen tanken wir noch den Mietwagen voll und geben ihn anschließend ab. Und dann sind wir auch schon am Tom Bradley International Airport. Beim Einchecken unserer Koffer heißt es wieder Schlange stehen und die Zeit vergeht. Mittlerweile ist es halb eins geworden. Unser Flug soll um 15.15 Uhr starten und um 12 Uhr mittags sollen wir dann in Wien ankommen. Während sich dieses Flugzeug bereits auf die Reise macht, haben wir noch ausreichend Zeit, uns auf dem Flughafen umzusehen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ach ja, da war ja noch was. Eine Schneekugel müssen wir besorgen, als Mitbringsel für eine Kollegin von Doris. Und das gibt es Die Koffer? Den Pfeil ist er空aming. Deine Berge Unter fast militärischem Drill werden alle Passagiere für den Flug nach Wien angehalten, eine Reihe zu bilden. Nachdem alle der Anordnung brav Folge geleistet haben, kann das Boarding beginnen. Unser Flugzeug ist gestartet. Knapp 10 Stunden wird es nun dauern bis wir in Wien landen werden. Letzte Blicke über Los Angeles, Malibu und Downtown. Schon kurz darauf wird das Mittagessen serviert. Die Zeit vergeht im wahrsten Sinne des Wortes wie im Fluge und schon sind wir über Österreich. Ansetzen zur Landung und dann ist unser Kurztrip nach Los Angeles auch schon wieder Geschichte.